Mark? Achso, ich soll machen. Okay, dann mal herzlich willkommen zu Let's Play Minecraft Adventure Maps. Mit dabei der Tollbo-IP, Alex der Scheiße ist, Alex aka TheShock-IP und CDD Keller. Ich hab auch Tollbo-LP gesagt, nicht Tollbo-Let's Play. Weil das jahrelang so war. Ein Jahr. Ja, eben. Äh, ich komm aus dem Wasser gerade auch nicht hoch. Was für Leute? Es gibt keine Leute. Und du musst den Alex noch runterhauen, den er das letzte Mal hochgeflogen ist. So, und ich beginne... Und da versuche ich mich in meine normale Stimmlage zu begeben und schon bin ich am Versagen. Ja, bist du ja auch immer so. Bist ein richtiger Versager, wasch echt hier, ja. Oh ja. Live and a concert. Hä? Warum backe ich hier rum? Weiß ich nicht, bist du Bäcker? Ja, Mann. Das ist so ein Scheiße, Mann. Oh, ist ja schlecht gewesen. Ja, toll, komm, letzter Sprung. Geh rein. Ins Wasser. Und da hoch und gut. Nice. Weißt du schon, dass ich ein Holzschwert hab? Weißt du schon, dass mich das ein Scheißdreck interessiert, ob du ein Holzschwert hast oder nicht? Ja, das hat das Ding umgekloppt! Im Ernst! Du weißt, dass ich einen Diamanten hab? Das geht auf die Eier. Hallo! Na! Ich geh mal an! Leute, mir hat das Ding umgekloppt, wenn ich es fast geschafft hab. Was für ein Ding? Einer hat das Ding hier umgeklebt und bin ich runtergefallen. Nö, ich nicht. Alter, das ist ganz schön. Ja, Alex ist mal wieder ganz unten. In der Nahrungskette. Nein! Leute, um Ernst! Hör auf! Alter! Ey! Dann lass den Scheiß! Ja, komm, hör mal auf! Mark! Ich hab'n Holzschwert. Ich hab'n lange. Alex, hau mich bitte mal ein paar Mal mit dem Holzschwert und dann hast du nämlich kein Holzschwert mehr und dann gehst du mir am Arsch vorbei, ob du ein Holzschwert hast oder nicht. Übrigens, ich töte dich auch mit ner Fackel und die geht nicht kaputt. Ich hab'n übrigens noch so'n braunen Wollblock, keine Ahnung, ob ich den gefunden hab' oder... Achso, doch, den hab' ich vorhin kaputt gemacht. Ja, äh, den tu' ich mal. Oh, der Keller hier am durchcheaten. Durchcheaten? Das hab' ich schon geschafft, genau. Oh, ja, guck mal hier, so ist geil, ja, 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 guck mal hier. Was sag' ich hier so? Oh, ja, ja, ja. Gott, ey. Kann ich Alex töten? Alex, komm mal hoch zu mir. So. Du bist ein Mongo. Du bist ein Mongo. Fick dich, das kriegst du nicht hin. Vergiss es, vergiss es. Alles krieg ich hin, was ich will. Krieg alles hin. Snack mir mal das Zeug hier. Ja, was war's? Gutes Zeug? Irgendwas, was man gegen Alex benutzen kann? Du bist jetzt ernsthaft noch runtergefallen. Oder? Nein, nein, ich bin nicht runtergefallen. Das war mit Absicht. What? The sign doesn't need to say something every time? Oh. Oh, der trifft mich. Der Wichser. Immer. Du Mongo. Alex. Ich hab von unten rüber geschossen... ...mit der Angel. Ja, ich hab keinen Lust mehr. Die Angel gehen immer in die Reedst forget, das ist voll cool. Aber ich glaube... Ich hab keinen teria'n ChoocaQué. Was ist denn das für ein Scheiß? Ich glaube, ich hab dann doch das auch noch zu lassen. Voll gut, ich hab Alex da hier. Ja, du bist einfach Pro. Ich schieß die Angel einfach hoch, ich seh Alex nicht mal. Und hau dich noch unter meine Hütte und auch du Mongo. Ich schlack dich da, du Mongo. Komm mir. Komm mir! Hey, was willst du denn jetzt? Ey, der tötet mich. Dann bring ihn selbst um. Komm da jetzt mal hier, Keller, sonst schieb ich dich einfach hoch. Hier bin ich sicher von G vor. Du bist jetzt in der A von Minecraft. Das ist der dark grey Raum. Es wird jetzt viel schwerer werden. Okay, Keller ist da. Es wird jetzt noch schwerer. Das ist nicht gerade nett. Leute, die Tür ist jetzt zu oder was? Ich hab einen Knopf. Du hast einen Knopf? Damit könnte man... Was, du heißt so ein Knopf? Die Tür kommt aus dem Gift des Wildes. Oh Gott. Was da rüber? Aber wir haben hier einen Block über uns. Aber du hast doch einen Knopf, oder? Ich hab einen Knopf. Ja, dann mach doch. Nein! Ich hätte nur den Sprung schaffen. Scheiße. Aber wo kann man den setzen für die Tür? Hier rechts daneben? Lass du mir mal rüber bitte. Lass du mir mal hoch. 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 Oh, nice. Danke. Okay. Und? Wofür dahin? Das ist auch ein Shortcut. Win-Win. Okay. Ich hab einen Shortcut. Ich mach's lieber richtig. Okay. Ey, da sind meine Angeln gelaufen. Good thing, dass du das gefunden hast. Cause, wenn du nicht, du hättest du das wirklich hart Level machen. Ach komm, so hart war das gar nicht. Aber schon fast am Ende. Yep, du bist fast da. Up next ist die Blue Room. Das ist die 10er Level. Alter, ich hab immer noch die Angeln in meiner Fresse. Kann das sagen? Ja. Oh. Ich hab Monster Spawner. Ja, den brauch mal bewältigen. Wir haben aber auf Peacefall leider. Sorry. Lass mich überspringen. Lass mich überspringen. Aber... Hä, nein wir überspringen noch nicht Alex. Hä, wie kommst du da rauf? Es ist extra so, dass man da... Ja, Alex warst du jetzt auch übersprungen. Äh, ich ne. Doch. Ich hab aber nur gesehen, dass ihr alle schon... Alter. Also hast du auch übersprungen? Bisschen vielleicht. War schon aber weiter als hier alle. Ja, wow. Das ist Glas. Ich sollte mal nach oben gucken, wenn ich springe. Hä, da kommt man gar nicht lang. Da kommt man nicht lang. Alter ohne Witz, ne? Das ist... Du kommst hier nicht weiter. Doch. Wie? Du musst zwischen das Glas und den Zaun sprengen. Nie im Leben. Doch. Ey, das ist unglaublich. Ich sollte mal Alex aus der Angel rausholen. Nein. Ich wusste nicht mal, dass das geht. Was soll ich mit dem Monster Spawn überhaupt machen? Essen. Doll. Alter hör mal auf! Ja, du hast gesagt, du sollst essen! Ach komm, das ist ein feines Braun. Nein, Ongo. Warte, ich nehme jetzt mein Schwert dafür. Das geht am schnellsten. Hört doch mal auf mit der Scheiße jetzt. Mein Gott. Warte, ich wollte das Demo kaputt. Ohne Witz machen. Wie bist du da durchgekommen? Würde ja gehen. Aber ich wollte gerade von was geschlagen. Fünf Jahre später hättest du das Endkap gebaut. Noch mehr Decke hier. Oh mein Gott, ich komme nicht mal da lang. Alex. Jetzt darf ich... Ja, jetzt darf ich mit irgendeiner Person neu anfangen, ey. Kannst du dich bitte woanders hinstellen, wenn du das Ding kaputt machst? Danke. Ja, ich probier's ja. Es schießt mich da hoch. Ich kann nichts dafür, wenn das Ding da ist. Marc, wie macht man den? Und? Wohin zielst du da? Genau in die Mitte. Und dann einfach gerade springen. Falls du am Zaun hab, dass du da rein glitschst. So halt. Passt. Neben nicht. Also ich schon. Ich glitsche. Ja, du bist ja auch glitschig, Junge. Uh. Du hast auch Alex abonniert. Scheiße, okay, da kann man nicht hinspringen. Ohne Witz, wie soll das gehen? Moment mal, ich hab ne Idee. Aber das wird... Ja, Alex, aber ich glaube, dass diese Idee nicht springen wird, weil sie von dir kommt. Naja, das geht nicht. Das geht nicht. Du kommst da an diesen... Hier Leute sind viel zu viel hier, ey. Ja, vor allem Alex ist eigentlich im Weg. Alex immer im Weg. Ich kann hier nicht runter springen. Weißte, Mann. Das ist... Ich muss machen. Ich sehe gar nichts. Ich auch nicht, weil Alex in meiner Fresse ist. Ey, nicht schlagen hier. Wer doch immer schlägt. Ja, Alex natürlich mal wieder. Das ist unglaublich, ey. Nein, ich schlag nicht. Halt die Fresse. Schlägst immer. Aus Prinzip schlägst du. Alex. Boah, das geht nicht. Marc, das geht nicht. Das muss gehen, warte mal ein bisschen so. Naja, halt doch die Klappe, das geht eh nicht. Scheiße. Gar nicht möglich. Gott, alles... Weißt du was? Nein, nichts abkürzen. Ja, mach die... Das... Ich komm da nicht hin. Wie soll... Wie soll... das machen? Keller! Glock mal deinen Bizeps, ey. Und deinen Trizeps auch noch. Okay, ich bin oben. Was? 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 Das lässt mich jetzt sehen. Über den drüber, ne? Weißt du was? Ich... Ich cheat jetzt. Oh, du bist ein Auto, oder? Ich benutze die Leiter, die wir am Anfang bekommen haben. Ja, die hättest du mir auch mal geben können. Ja, aber der Teil ist ja noch einfach. Ah, klar. Ohne Witz, klar. Wie soll man diesen Sprung hier machen, Marc? Jetzt mal ohne Witz. Ich glaub, du musst irgendwie... Um... Um beide drüber. Ich glaub, man kann nicht durch. Äh, nicht drüber, sondern drumrum. Ja, man kann durch. Kann durch. Aber ich weiß nicht wie. Wo... Aus welchem Winkel spring ich denn da? Wieso springt meiner denn hier nicht? Boah. Ey, Marc. Das ist nicht möglich. Wie hast du das gemacht? Hast du das möglich? Ich hab den Winkel gefunden. Ich muss nur durch. Ha. Ja, komm. Wie soll man das denn machen? Okay. Oh, und dann... Ja. Perfekt. Ja, ja. Cheate dich ruhig durch, Alex. Kein Ding. Wieso hast du grad die Leiter abgebaut? Das ist die Leiter, die ich dahin platziert hatte. Almost done. Go down to the final level. Okay, ich bin fertig. Ja, durch. Wenn ich hier runterfalle... Ey, ich komm nicht. Hast du's schon mal da durch geschafft? Ich nö. Ja, ich nämlich auch nicht. Alex hat's durch geschafft, sagst du? Ja, behauptet er. Jetzt fehlt Alex, pass auf. Hey, nice. Das kann gar nicht sein, dass Alex es geschafft hat. Und jetzt letzter Sprung, Alex. Komm rüber. Wo muss man da hin? Äh, ich komm nicht mal mehr hier abgesprungen, ne? Ich komm nicht mal hin. Ja, nimm Zauber und dann hochsprungen. Ist was. Nice. Alex ist auch durch. Ja, ja. Behauptet er jetzt. Ja, ja. Alex, komm. Ja, ja. Genau, Alex. Glaub ich dir. Entschuldigung für dieses komische Geräusch. Aber das ist der Eistee. Das ist der Eistee? Ja, der macht Geräusche. Warte, du bist toll, wo es geschafft hat. Also nicht mich nur hochcheaten da. Ja. Ja. Du darfst dich überhaupt nicht hochcheaten, ob ich es geschafft habe. Können wir sein. Das ist während der Aufnahmen nicht. So wie Alex immer. Dann haben wir angefangen aufzunehmen. Das hab ich bisher... So ey, Marc, in welchem Winkel? Genau beschreiben kann ich das auch nicht. Guck einfach zwischen die beiden Dinger durch und spring gerade. Ja, halt. Das hab ich jetzt schon ungefähr 40 mal probiert. Und halt mal auf die ganze Zeit euren scheiß Spawnpunkt hier zu setzen. Danke. Was soll ich denn sonst machen? Versuch es. Das war doch nur ein Scherz. Was? Ja, ist ok, 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 ist ok. Oh mein Gott. Ding, dann hau ich dich mal. Hä? Nein! Wahrscheinlich haust du gleich auf dem Park. Ja, komm komm komm, ich probier's mal. Hey, leider nicht. Hey, leider nicht. Geh weg. Geh weg. Ah doch. Geh weg da. Immer komm, bitte. Bitte. Ich hab Angst. Ding. Verdammt. Jetzt hatte ich Angst vorm... Jetzt hatte ich Angst vorm... Jetzt hab ich irgendwie falsch... Jetzt bin ich falsch abgefrungen. Jetzt... Oh meine Framerate. Die ganze Zeit wechselt zwischen 30 und 20 hier. Was soll denn das alles? Boah, Minecraft so ein scheiß Spiel. Das ist so schlecht programmiert. Das glaubst du überhaupt nicht. Das hat doch Marc auch mal gesagt. Ja, ist es aber auch. Minecraft ist schlecht programmiert. Spring. Weiß noch. Als Marc gesagt hat, ich zock keinen Minecraft mehr, bis es in mir so matschi läuft. Spring. Boah, kannst du jetzt mal bitte springen? Ja, ich warte gar nicht, dass du springst. Ich warte gar nicht, dass du springst. Ja, wir warten auf euch beide. Also macht genau. Ach, Alex hat eh nichts drauf. Er wartet darauf, dass er irgendwie... Unerfällig hackt oder was? Ja, genau so sieht's aus, Alex. Du hast es gerade selbst gesagt. Ja, hackt auch ein Lolder, Alex. In jedem Spiel, weißt du? Dann hätte er aber nicht 0.15 mit Oriana. Trex War 2. Trex War? Nein. Ähm, Marc, Marc, kennst du Oriana? Äh, ne. Entschuldigung. Äh, okay, das ist so ein Champ-Ballon. Zack, zack, zack. Midlaner. Sag mir was. Midlaner, mit so einer Kugel. So ein Roboter. Mit so einer Kugel. Und auf jeden Fall, Alex hat eben 0.15er mitgespielt. Ja, und wir haben gewonnen. Na und? Aber nicht wegen dir. Report Oriana. Geh heim, Alex. Go home, you're drunk. Also langsam, Leute, lang... Ey! Schau mal hier, Torvo, das ist auch... Man muss voll weit nach rechts zielen, nicht in die Mitte. So, Torvo, jetzt auffassen, du hast gleich Stecke über dir nach dem Sprung. Okay. Kann ich direkt auf den da? Ja, ja, kann ich. Ja, ich bin direkt auf den gesprungen. Ich auch. Ist das gefährlich? Nein, nein, nein. Du failst schon. Boah, ich hab 20 Frames? Alter, jetzt muss ich wieder warten, bis es wieder auf 30 geht. So, jetzt. Ja, man sieht sogar, wie dein Kopf lag. So, jetzt aufpassen. Der ist... Der ist ordentlich. Wie soll ich den machen? Der ist machbar. Alex hat den auch beim ersten Mal geschafft. Aber du fällst komplett runter, wenn du... Oder soll ich den da... Oder soll ich da hin? Das ist ein bisschen zu weit, glaube ich. Das ist zu weit. Das ist zu weit. Das funktioniert nicht. Boah, es ist wirklich Musik laut bei mir. Ich hab nicht mal welche. Boah, ich hab keinen Bock das nochmal zu machen. Wenn ich jetzt fail, dann cheate ich mich hoch. Ja, nee. Das mach ich nicht nochmal. Ganz ehrlich. Das mach ich nicht nochmal. Jetzt der... Hey, du hast aber auch einen Block. Du hast da auch einen Block hingesetzt. Ja, ich hab da ne Leiter irgendwann ne Seite gesetzt. Voll easy. Nachdem ich zweimal da gefailt hab. Oder dreimal. Ich weiß gar nicht, wie oft ich da gefailt hab. Guck, der Keller failed auch. Der Keller hat ja auch nix drauf. Der springt nämlich direkt gegen die Glas. Du hast hier, oder? Ich musste mich gar nicht mehr hochcheaten. Muss ich ins Wasser? Ja, hier. Unten rechts, genau. Ja, ohne Wasser? Äh, ich glaub. Ja, ich hab's ohne Wasser geschafft. Alter, ich muss warten auf meine Framerate, so. Nice. Okay, toll. Wunderschön. Ohne ein einziges Mal mich hochzucheaten. So, ich... Oder nee, ich warte noch bis zum Aufnahmewechsel. Aufnahmetausch. Ja, Marc hat sich da eigentlich auch hier hochgecheaten. Ja, ich nicht. Guck mal was. Ich habe... Was ist das? Das sind doch diese... Diese hier Dingens da. Wie heißt ich? Alter, wo hast du die Stiefel her? Wo an hier. Wo an hier? Da unten, Warni. Alex, komm mal her. Alex, lass mir noch mal diesen einen Sprung erklären gerade. Warte. Marc, geh mal weg da bitte. Marc, stehst du im Weg. Ja, 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 ja. Alex, hier den... Wo Keller? Warte. Keller, spring mal den ersten. Warum? Ich will dann wissen. Nein, wo du warst. Das war so klar, ich hab drauf gewartet. Komm, Keller. Warte. Warte. Warte, was steht die auf dem Schild? Almost done, go down to the final level. Marc, du hast meine Präzision im Ernst. Also als Sniper wärst du schon mal nicht geeignet. Ich schwör. Ich hätt dich umgebracht. Ich hätt dich umgebracht. Kann sub-tier ich auf die Eier, wenn du mich da immer runterschlägen. Marc! Nein! Das hast du leider Schuld! Das hast du seiner Schuld! Okay, der Keller, der Auftrag hat sich erledigt. Das ist seiner Schuld. Okay, go. Einfach nur geradeausrushen? Ja, das ist doch mein Problem, mein Ding, was? Doppelklick funktioniert nie. Die Doppelklick Doppel-W Mensch, du Scheiß Warum bist du Scheiß Wär ich? Ich hab das wenigstens vor Keller geschafft Nein, wie man sieht nicht Halt die Fresse Du gehst aber nicht... Ich hab'n Schwert Nein, du kriegst kein Schwert jetzt Alter, wenn du mich tötest, ich bring dich um Wenn du mich tötest, ich bring dich um Alter, lass es Das ist gar ein besseres als du Loll, wie komm ich jetzt hier weg? Um die Ecke springen Keine Ahnung Ja, wir müssen jetzt langsam glaube ich Beendet Und jetzt eigentlich geradeaus auf die Ecke einfach nur Du musst nicht unbedingt das Wasser beachten, spring einfach genauso Ja genau, perfekt Alex, magst du dich hochcheaten? Nein Ich hab das schon geschafft Ja, also weiß nicht, cheatst du dich jetzt hoch oder Nicht? Also das heißt, du überspringst dann quasi die Challenge Alter, was geht nicht? Boah Alex, bist du Scheiße Also Alex, du überspringst dann die Challenge, oder? Ja, wie denn? Ja, also gibst du auf oder nicht? Was? Hä? Willst du mich verarschen? Ob du aufgibst, weil du die Challenge jetzt nicht geschafft hast Weil du so schlecht warst Du Mongoi Wollen wir mal, ich kann meinen Fisch nicht verzaubern Oh Boah, jetzt bin ich schlecht Ey, Marc, wollen wir noch 2-3 Minuten dranhängen? Einfach nur, weil's lustig ist Warte Oh man, warte mal Äh, ja, da ist mein Bildschirm gerade rausgefritscht Oh Oh ja Hast du schön gecheatet Alex, muss man schon so sagen Wir haben, wir haben Okay Dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen Und Bis zum nächsten Mal Ich will noch trinken Warte, warte So, okay, bis zum nächsten Mal Ciao